Hallelu, einen habe ich noch einen kurzen Tipp und zwar, falls das Runterladen scheitern sollte im Moment, weil Ubuntu auf die aktuelle Version aktualisiert wird oder der Server zu langsam ist, das Saugen zu lange dauert, zu viel Zeit kostet. Kleiner Tipp hier, ihr könntet, wenn ihr Ubuntu sowieso habt, nur auf die andere Version wollt, jetzt im Moment Ubuntu 1204, könnt ihr mal das Software Center starten. Und das Software Center hat mit bearbeitenden Software-Paketquellen die Möglichkeit, den Server auszuwählen, entweder Hauptserver oder Server für Deutschland oder andere. Da könnt ihr dann einen beliebigen Server einstellen, von dem ihr quasi runterladen wollt, nur für den Fall, dass das Laden zu lange dauert. Das passiert schon mal beim Umstieg auf die aktuelle Version. Gut, ich hoffe hiermit geholfen zu haben, ich werde meinen Desktop weiter verbasteln, euch weiter mit solchen pfiffigen Videos-Belücken, verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.